So, da sind wir auch schon wieder. Die vier Freunde sitzen hier auf dem Glockenturm. Das Eis schmilzt. Tja, voll scheiße. Man hat eben im letzten Part unser Geld geklaut. Dafür mussten wir ja richtig hart schuften. Achte Notale, ey. Tja, und man verliert sowieso am Ende. Aber wir haben immer das AP Plus bekommen. Mein Fenster ist kaputt. Ich mache ihn wieder heile. Nein, das muss natürlich so sein. Das wird noch öfters im Spiel passieren. Und ich merke gerade meinen Controller. Da ist der Kerl, der die Kohle geklaut hat. Ich merke gerade, meinen Controller ist ein bisschen leer. Und in diesem Part... Oh, er spart mir das. In diesem Part wollen wir... Mann! In diesem Part wollen wir den ersten Endgegner treffen. Hoffe ich zumindest, dass wir das noch schaffen. Deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Wenn wir uns zügeln, dann schaffen wir das auch noch. Auf jeden Fall... Also von der Geschichte her... ...besagt es jetzt... Tja. Ihr seht ja selbst. Der nächste Baum. Hey! Morgen! Hm. Hallo, Roxas. Hm, das kann man irgendwie auch falsch verstehen. Und du bist... Toll. Und die Freunde sind immer noch reingefroren. Sehr witzig. Oh, da sind sie wieder. Oh, da sind sie wieder. Oh, da sind sie schon. Hey, willst du mit uns kommen? Um... Uh... Wait... Hast du einfach gesehen, dass... ... er stöhnt? Sehr gut, dann. Wir sehen uns später, Roxas. Okay? Ja... ... er ging in die Haunted Mansion? Oh-oh! Das bedeutet nichts gutes. Irgendwas passiert hier. Oh nein! Die haben uns hier jetzt noch gerade gefehlt. So... Aber, wie wir wissen, diesem Schwert können wir absolut nichts anrichten. Tja... ... macht so viel Sinn. Boah, Alter, der zieht uns richtig viel. Boah! Ist ja heftig. Alter, der kann uns richtig viel ziehen. Tja, das ist halt der Schwermodus, ne? Ho! Das wird noch was werden. Später! Boah! Gute Idee! Da oben steht schon wieder diese Göre. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Eine merkwürdige Plattform? Tja, das hier ist der Ort des Erwachens. Ab hier müssen wir uns jetzt eine Gabe ausholen. Entweder die Gabe des Magiers, des Kriegers oder des Schildträgers oder sowas. Tja, für was werden wir uns wohl entscheiden? Ich würde sagen, das Schwert. Oder wollen wir doch lieber den Schild nehmen? Äh... Komm. Oder? Schwierig. Ich glaube, ich nehme doch lieber das Schild. Weil ihr habt ja gesehen, wie viel mir dieser komische Typ dort vorne... ...wie viel der mir abziehen konnte. Deshalb nehme ich mal das Schild. Außerdem habe ich noch nie mit dem Schild gespielt. Das wird... ...also interessant. Weil... ...ich fäll mich damit auch nicht aus. Ich hoffe, wir schaffen noch den Endboss. Oh nö, nicht schon wieder die Viecher. Egal, jetzt haben wir jetzt glücklicherweise das Schlüsselschwert. Jetzt müssen wir jetzt also keine Sorgen machen. Die können jetzt was erleben. Aber komm schon, ich treffe die nicht mal. Wer? Nein. Boah, ich bin so schlecht, ey. Ich muss das nochmal üben, ey. Okay, einen haben wir. Oh, komm, gib ihn. Mann. Bäm. Du musst sterben. Stirb. Oh, Gott sei Dank, ey. Yeah, get bonus. Ein Bonus ist immer gut in diesem Spiel. Oh, ne Truhe. Ja, ab hier geht das richtige Rollenspiel erst richtig los. Öffnen wir mal die Truhe und schauen mal, was drin ist. Ein Trank. Okay. Wie ihr jetzt sehen könnt. Na, okay, ich muss es euch gleich mal zeigen. Voll viel sehen, ne, man öffnet eine Truhe und schon kommt da irgendeine Tür. Boah, erspare mich mit diesem Gelaber. Ab jetzt, wenn man stirbt, heißt es Game Over. So, äh, bla, 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 bla. New? Was ist new? Oh ja, Abilities. Also, das sind Fähigkeiten. Und unser Charakter macht dadurch was. Also, durch drücken von X können wir jetzt irgendwie, wenn wir irgendwie hinfallen, können, also, oder in die Luft geschleudt werden, können wir uns wieder aufrichten, indem wir X drücken. Jetzt hat uns auch unsere Kommando-Liste erweitert. Und hier, jetzt können wir einfach einen Trank nehmen. Ich denke aber nicht, dass wir das jetzt brauchen. Ah, nein! Okay, Speicherplatz 2. Ja, ist immer so ein bisschen verwirrend, ne, wenn man die Hammery-Karte im Speicherplatz 2 hat. Aber in Steckplatz 1 habe ich... Ist die Speicherkarte leider voll. So. Wow, wir spielen schon eine Stunde, ey. Also, insgesamt, das ganze Spiel, das ganze Projekt. Jetzt gehen wir hier aber durch und, ähm, müssen wir uns jetzt erstmal hier hochkämpfen. Denn hier kommen wieder Viecher. Boah. Geh mir einfach aus den Augen. Wie ich den nicht treffe, ey. Ich muss das echt üben, ey. Sonst werde ich in diesem Spiel echt verkacken. Bäm. Autsch. Nein, ich will nicht sterben. Boah, das war knapp. Bäm. Bäm. Ich drücke doch schon. Kreis. I. Ein. Meisters. Komm, gib mir die Taten. Und so brauche ich Talai. Scheiße, hier kommen wieder Viecher. Bäm. Das hat mal gebockt. Zack. Schnell die Truhe öffnen. Oh, Mann. Autsch. Nein, 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 nein. Boah. Boah, ich sterbe gleich. Scheiße. Alter, mein Kontrollhofen sind jetzt nicht mehr. Scheiße. Wir müssen weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich sterbe gleich. Hardcore-Modus. Das ist echt nicht leicht. Boah. Gott sei Dank, ey. Ich habe jetzt keinen Bock, mich hier zu blamieren und zu sterben. Boah, aber das... Hä, das habe ich... Autsch. Autsch. Komm, stopp. Der muss drauf gehen. Boah, wie ich den nicht treffe. Ich bin so nubig. Jawohl, wir sind Level 2. Das ist wichtig. Ich habe jetzt nämlich überhaupt keine Lust zu sterben. Nein! Ich versuche das immer so Speedrun-mäßig schnell zu machen, aber... So ein Pro bin ich vermutlich doch noch nicht in diesem Spiel. Autsch. Vorsichtig jetzt. Ich stehe jetzt... Oh! Autsch! Ich hoffe, dass wir noch den Endgegner schaffen. Wenn ich mich hier so dumm anstelle, ganz sicher nicht. Nein! Au! Komm! Yeah! Oh, shit! Nein! Zum Glück haben wir die Kraft des Schildträgers gewählt. Sonst wäre ich vermutlich schon mehr als tot. Nein! Der kommt jetzt noch mehr, oder? Ja! Komm, ich hätte den... Ich habe den noch getroffen, Mann. Wieso hat das nicht jetzt... Gezickt! Ja! Ja, jetzt... Jetzt gehen die richtigen Probleme los. Bum! Komm, den geben wir auch noch. Ja, wie lange nehme ich schon auf? Elf Minuten, okay. Wisst ihr was, Leute? Den Endgegner... Den sparen wir jetzt lieber für den nächsten Part. Weil... Ich glaube, das wird wohl... Ein bisschen zu viel diskutieren. Aaaaaaah! Verkehr! Schon elf Minuten, ey. Das schaffen wir nie. Den Endkampf. Vor allen Dingen, weil meine Grenze immer noch 15 Minuten ist bei YouTube. Nein! Komm, wir müssen den Typen... Nichts reinhauen, ey. Der Endgegner macht mich gleich sowas von fertig im nächsten Part. Ihr könnt euch schon drauf freuen. Gott sei Dank, wir haben drei Potions schon. Das ist natürlich richtig gut. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen hier weiter im nächsten Part. Hoffentlich hat es euch gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war und ich fast gestorben bin. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis dann und ciao. Hasta heute. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020